Hallihallo und ein herzliches Willkommen, meine Lieben, zurück bei Dragon Age Inquisition. Wir haben... Nein, das war's verkehrte. Wir haben... Upgrade. So. Was können wir denn machen? Wir haben zwei Schwert... Äh, zwei Hand. Wir könnten das machen oder wir könnten endlich mal hier die kleinen Dinge auffüllen, aufnehmen, Dingensen. Ähm. Und eine Schockwelle erzeugt, die jedem Gegner, der von ihr erfasst wird, wiederholt Schaden zufügt. Okay, wir machen das hier und das nächste Mal machen wir wirklich die kleinen Dinge, bevor wir dann wieder groß irgendwie was anderes machen. So, dann geht's weiter. Sarah. Okay, die hat acht Punkte zu vergeben. Okay, Sarah ist Schurkin. Warwick ist hier auf seine Bianca ausgelegt. Und Sarah könnten wir... Was könnten wir denn? Ähm. Könnten sie eigentlich auf Dolche eigentlich aus... Den ganzen... Wobei sie ja auch einen Bogen hat. Hm, 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 hm. Täuschung. Wir haben ja jetzt kein Magier mehr dabei. Also wäre es eigentlich ganz gut, wenn wir eigentlich einen Fernkämpfer mit drinnen haben. Wir können ja hier mal anfangen. Na, hallo? Jetzt. Das wollte ich nicht. So, wir haben hier Tod von oben. Du versuchst mal Schaden, wenn du von einer erhöhten Position aus schießt. Haben wir nie. Also ganz selten, dass wir das haben. Du hast gelernt, bislang noch unverletzte Gegner für ihre Selbstsicherheit bluten zu lassen. Du fügst Gegnern, die nur leicht verletzten, höheren Schaden hinzu. Wir machen das. Und das hier. Machen wir voll. Das hier machen wir auch voll. Und das hier. Dann haben wir das hier. Und was haben wir... Es dauert zwei Momente, perfekt anzusetzen. Genau. Gegner, die vom perfekten Schuss getroffen werden, verlieren durch dessen Wucht kurzzeitig das Bewusstsein. Oder du kannst dich schneller bewegen. Ach, kannst du doch nicht falsch halten. Müssen wir dafür erst die andere Seite dann machen? Ich weiß es gar nicht. Warte mal. Wir können doch, bevor wir das jetzt machen... Können wir doch... Die hat ja noch mehr. Bei Warwick ist das Problem, er hat halt nur Bianca. Wenn ihn halt jemand angreift, steht er mit seinem fetten Armbrust-Dings davor und versucht ihn wirklich im Nahkampf irgendwie fertig zu machen. Das ist total assi. Dieswiegen. Du greifst mit beiden Dörchen an und fügst deinem Gegner schweren Schaden zu. Jetzt aber mal die Frage, wenn ich sie mit einem Bogen ausgerüstet habe. Sie hat ja keinen extra Slot. Das heißt, sie hat ja nur den Bogen. Somit wäre es ja schwachsinnmännig. Ich bin verwirrt. Es werden diesen Säsen auf Gifte und Pfeilen speziell im Irre hinterhältigen Dricks lassen Gegner erkranken oder schränken sie in ihrer Beweglichkeit so sehr ein, dass sie zu leichten Opfern für eine scharfe Klinge oder mit einem Widerhaken versehenen Pfeil werden. Das hat ja Warwick auch. Das ist auch geil, nämlich. Hm. Hm. Na ja. Weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja mir sagen, was ihr vorhabt. Aber ich glaube, es wäre eigentlich das Geschicktest, wenn wir das hier machen. Wenn es jetzt einfach mal an, weil ich habe keinen Bock hier ewig zu hocken und dann am Endeffekt ärgere ich mich, weil ich dann das Falsche ausgewählt habe. So. Cassandra. Ist unser Block. Was haben wir hier? Entschlossenheit ist kriegt. Du kämpfst erbetet, wenn du verletzt bist. Sobald du Gesundheit verlierst. Soll man hier klingen. Aber du kannst jeden Streich abwehren, den du kommen, wenn sich sämtliche Schaden von vorne wird verringert. Oder du schützt jetzt nach vorne, wenn du Schildschlag einsetzt und fügst den Block eines Gegners dadurch noch höheren Schaden zu. Bonusschaden gegen Block 400%. Was hat der? Schadensresistenz 20 Konstruktion bei Freischaltung. Machen wir das hier mal. Vivienne. 9 Punkte. Oh Gott. Das ist halt die Frage. Jetzt haben wir ja sie als Magierin dabei. Ich dachte, sie wäre auch Krieger. Wir machen das jetzt mal bei... Warum kann ich das? Achso, ich muss jetzt das machen. 9.104.1.2.3. Und dann machen wir das hier. Machen wir das anwenden. Und Solas haben wir ja Eis gemacht. Sollen wir vielleicht bei ihr eventuell Feuer machen? Vivienne ist sowieso eine heißblütige. Rrrr. Gott. Das ist geil. Dann haben wir das hier. Und dann können wir uns überlegen, links oder rechts? Was haben wir hier? Feuerball. Mir gefällt das. Das heißt, wir gehen rechts rum. Nehmen wir das jetzt mal an. Und wir können ja noch immer... Und zwar, ich würde gerne nämlich dann Sturm sehen. Wie das hier ist. Das ist schon gut. Machen wir mal das hier. Was haben wir hier? Du beschwerst einen Blitzerlauf, der einzelnes zieht, trifft und lehmt es. Nehmen wir mal... Du aufwendest, desto höhere Schaden verursacht deine Zauber. Ich möchte jetzt das hier machen. Und dann wenden wir mal an. Gut. Dann geht es weiter. Dann müssten wir kommen. Wir haben es schon. Okay. Dann haben wir das. Dann müssen wir jetzt aber ganz kurz noch unsere Waffen und Ausrüstung und sowas schnell durchgucken, ob da alles passt. So. Wir haben den hier. Sarah hat Bogen. Die hat ihren Jagdbogen. Genau. Okay. Cassandra hat ihr Schwert und ihr Schild. Genau. Okay. Da scheint alles zu passen. Rüstungsmäßig haben wir Helme. Oh, ich habe einen Helm. Uh. Warte. Ist dann den, den ich anziehen kann? Ja. Ziehen wir uns den mal an. Ach, das sind keine Helme. Das ist bloß Gesichtsfarbe. Die schützt mich. Das ist Metallfarbe. Leichte Rüstung. Die bringt uns nichts. Mein Nesli juckt. Ähm. Diese Rüstung ist besser. Dann ziehen wir diese mal an. Was war jetzt da unten? Ach so, wieder unsere Dinger. Okay. Die haben wir an. Was ist das hier? Konstitution. Das sind Wörter. So, dann gehen wir weiter. Und zwar Zera. Die kriegt wahrscheinlich wieder so ein leichtes Ding. Nur Magier. Ach so, sie ist ja, sie ist ja Schurke. Stimmt, ja. Könnte sie eventuell. Das ist nur Krieger, bitte. Okay. Hoppla. Das wollte ich nicht. So. Kassandra. Kriegt die einen Helm vielleicht? Einen besseren? Nein, haben wir keinen dabei. Der ist besser. Den ziehen wir ihr mal an. Zack. Und Vivienne? Haben wir da so einen leichten Dings? 5 Prozent. Ach, der ist aber trotzdem besser. Gelb. Und jetzt ist er immer noch gelb. Ja. Diese Unterschiede. Einfach. Gigantisch. Was haben wir hier eigentlich? Warum? Ach. Da ist noch ein bisschen Zeugs drin. Das habe ich gar nicht gesehen. Da ist mir nicht. Passiert halt. Okay. Wir haben aber trotzdem alles. Also es war's. Könnten wir noch kurz gucken. Und zwar haben wir Gürtel. Sprengfeuergürtel. Okay. Der bringt uns jetzt nicht. Halt. Moment. Ketten. Wieso sind wir jetzt? Warum? Nein. Wo sind wir? Da sind wir. Amulett der Macht. Nur Warwick kann den anziehen. Dann kriegt er auch nur Warwick. Wir haben diesen Gürtel. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Rosera. Kann die vielleicht. Gegen Magie. Sämtliche Sprengfeuer. Das bringt ihr ja gar nichts. Das muss dann eine Magierin anziehen. Gucken wir mal was wir Vivienne anziehen können. Sprengfeuergürtel. Ne. Ich würde gerne eher den Magieabwehr. So. Ach. Ne. Das geht gar nicht. Jetzt werde ich langsam. Jetzt werde ich langsam nervös. Gut. Das passt schon. Halt. Aber nichts. Okay. Gut. Wo geht es jetzt hin? Warum ist das eigentlich noch nicht? Ach so. Das sollten wir vielleicht machen. Dass wir das abdingenzen. Pfeif. Aufsetzen. Bitte. Danke. Und wir reiten dann mal ganz kurz. Hup. Achtung, Leute. Hier kommt ein Pferd. Das gerade ruckelt, weil die Frames einbrechen. Genau. Ich komme mit einem riesen Pferd. Renne gegen die Leute. Und das Pferd bleibt stehen. Dankeschön. Gleichfalls. Ja, aber es ist in Ordnung. Alles passt. Da, 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 da. So. Jetzt. Komm. Renn mal ein bisschen. Pferd. Warum hat das gerade so gehakelt? Moment mal. Ich muss mal gucken. Nicht, dass man... Oh, das ist so weit, der Weg. Aber wir hätten unten rumlaufen müssen. Okay, macht nichts. Ist egal. Dann laufen wir halt so rum. Ich hoffe, das ist auch ein richtiger Weg. Haben wir eigentlich doch ganz gut befreit von den ganzen Sachen, ne? Wo gehen wir denn jetzt gerade hin? Ach, wir müssen hier komplett außenrum. Okay, wir müssen hier rein. Okay. Hoppla. Hopp. Hopp, hopp. Wie geht das? Halt, wir müssen da rein. Hoppla. Ich soll aufhören, 10.000 Knöpfe zu rücken. Hopp. Die Schlucht der verbrannten Männer. Sexy. Okay. Halt. Quatsch. Ich will die Map. Hopp. So. Und jetzt können wir eben hier rüber. Ja, ja. Ach. Links, rechts, links. Gerade... Da ist was geflogen. Geradeaus. Hopp. Da drüben. Ach, da ist der scheiß Riss, den wir ja nicht besiegen können, weil wir ja keine Level 500 sind. Okay, wir springen, wir springen. Halte das Pferd. Ui. Kommen wir da hoch überhaupt? Ja, schon. Lass den Riss, Riss sein. Lass ihn einfach sein. Wir sind eigentlich gut aufgeladen. Ja. Wir brauchen keine Rast machen. Frames. Bitte. Frames. Du korst doch nicht so Einbrecher jetzt. Ja. Zu wem müssen wir denn jetzt überhaupt? Wo ist denn der? Und hip. Wow. Das war ein Mega-Glitch, ey. Können wir so über die ganze Welt eigentlich hupfen? Das wäre eigentlich auch geil. Das würde mir... Würde mir eher gefallen. Würdest du bitte einmal absteigen? Wo ist der jetzt? Wo bist du? Wo bist du? Wenn ich diese Flüchtlinge selbst schützen wollen? Brauchen sie auch vernünftige Verteidigungsanlagen. Ich erinnere die eine oder andere Idee. Ich habe die Wachtürme aufgebaut. Ich bin eurer Empfehlung gefolgt und habe in den entsprechenden Gebieten Wachtürme errichtet. Gut gemacht. So werden sowohl eure Flüchtlinge als auch unsere Bauern gewarnt sein, wenn das nächste Mal Ärger droht. Ich werde mit dem Meister sprechen und veranlassen, dass eure Leute an der B-Kreuzung Waffen erhalten. Da-da-da-da. Quiz abgeschlossen. Ich habe so einiges über euch gehört, Vivi. Wie, Vivi? Eine Anrede wäre Madame Vivienne, offizielle Magierin des kaiserlichen Hofes. Oh. Ja, genau das habe ich gehört. Nicht das mit dem Titel, sondern mit dem hochniesigen Gehabe. Wie soll ich mich nur je von eurer Ablehnung erholen? Ihr macht es schon wieder. Könnt ihr das überhaupt abstellen? Für euch, meine Liebe? Nein. Gott, die zwei können sich ja gar nicht leiten. Das war vielleicht ein Fehler, die mitzunehmen. Müssen wir jetzt mit dem Chef schwätzen? Mit dem Schwanz? Ja. Oder können wir gleich vielleicht hier eventuell so hoch... Dann hier mal... Nee, das ist Schwachsinn. Wir reiten jetzt hier zurück. Na, zack. Wie steigt die aufs Pferd? Die ist ja neben dem Pferd aufgestiegen. Ja. So. So, Mädel, zeig mal, was du drauf hast auf dem Pferd. Ui. Außer glitschen und... Naja, das war jetzt nicht so sportlich, Mädel. Komm. Hallo, Leute. Entweder hat das Pferd gerade keinen Bock mehr, oder es ist wirklich so langsam, kann es sein? Nee, ich muss einfach bloß öfters drücken. Hä? Wie sind wir machen? Sehr niedlich. Da, 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 da. Wie sehr einhändig reiten. Geht's noch schneller eigentlich? So, aufpassen. Wenn ich da mehrmals drücke, nicht dass am Ende mein PC abstürzt, mein Guter. Also, ich meine das ernst. Und links und rechts und... Dadurch. Passen wir da durch mit dem Pferd? Nein, wir passen da natürlich nicht durch. Einmal links rum. So. Leichte Kurve. So. Dann geht's grad ab zu der blöden Kuh, die uns da nicht durchgehen lassen wollte. Ihr könnt auch die Königin sein. Könnt ihr euch noch dran erinnern? An die doofe Ziege? An die Eingebildete? Wo meint ihr, wenn ihr die Inquisition seid, dann bin ich aber bla bla bla. Okay, wir müssen da hin. Wird der schlecht auf dem Pferd? Die das grad nicht gesagt. Ja, ja. Okay. Ähm, wir müssen voll den... Hä? Muss ich jetzt außen rum? Hi. Wie grad denn das? Ich muss doch hier durchkommen. Ja. Hier geht's durch. Ne. Wo geht's da durch? Hier muss es irgendwo... Da ist ein Durchgang. Den hab ich natürlich nicht gesehen. Hoppla. Ist das ein Durchgang? Ja, das ist ein Durchgang. Durchgang. Straße nach Radcliffe. Und ich bin voll gegen den Baum gelaufen. Es war so sehr, dass die Frames eingebrochen sind auf Null. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Hier, hier! Trab das Pferd. Los. Öh. Wo kommt jetzt der Rissdingsbums daher? Und die andere läuft Panik. Oh. Sollen wir dir helfen, du blöde Nuss, ha? Durchvorreisende. Der Schleier ist aufgerissen. Und nur der Erbauer weiß, was hindurchkommen könnte. Und nun? Hm? Lass uns jetzt durch. Hm? 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 So. Hier. Was haben wir hier? Was ist das? Wer ist das? Schämen. Okay. Und los. Und. Ja. Aufnimmer. Nix mehr. Wer hat da voll verlangsamt. Wir tun den Riss mal kurz. Energieschade hinzufügen. Bärms. Okay. 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 Kurz warten, weil sie sind jetzt alle weg. Ich will den nicht. Der ist doof. Verhöhnen. Verhöhnen. Ha. Okay. Da haben wir noch einen. und hier haben wir noch zwei Stück. Okay. Dann kann ich jetzt. Kann ich schließen? Nicht schließen? Oh, es kommt noch eine, eine, eine Dings. Oder? Doch. Ich kann da Riss nicht schließen. Warum habe ich ihn nicht schließen können? Ja. Ja. Uh. Was war das? Wir wissen nicht, was diese Risse bewirken können. Dieser hier schien in seiner Umgebung die Zeit zu verändern. Macht. Vielleicht weiß Fiona mehr. Wir müssen dem nachgehen. Irgendwas stimmt hier nicht. Äh. Ich frag mal Fiona. Es gibt in Redcliffe ziemlich viele Magier. Vielleicht weiß ja Fiona, was hier vorgeht. Gütiger Erbauer, es ist vorbei, oder? Öffnet die Tore! Na, endlich! Milady. Blöde Nuss, du Blöde. Kann man mit dir nochmal... Kann ich sie, kann ich sie hauen? Ne, geht nicht. Leider. So, meine Lieben. Bevor wir da aber durchtrappen, mache ich jetzt hier eine Aufnahmepause. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ich irgendwas verändern soll. Ganz besonders in den Sachen, ähm, mit den Fähigkeiten, Baum und sowas. Weil, wisst ihr, eh, eh. Und somit, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!